Ich möchte, äh, raushauen. Wer will mir jemanden auf den Maul hauen? Alter, so geil. So, Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Call of Duty Advanced Warfare mit dem Pauluck und dem Zockerpappa. Ah, Gute. Gute. Bereit, mach uns, zeig dir mal. Wir sind schon mit der lustigen Runde. Das verspreche ich euch. Leute, Zockerpappa, bester Mann, ey. Oh, Junge. Ach, ich bin schon tot. Das kann doch nicht sein, das wird der eine mit so einem Leuchtstäbchen. Ich kann nicht mehr. Oh, mega leck. Ich kann nicht mehr zielen. Mega leck. Ja, der zählt ja auch nicht mit seinem Leuchtstäbchen. Also, weiß ich, wie man das vorkommt. Früher bin ich mit meinen Kindern und das ist eine Unsichtfrage, das geht aber nicht. Boah, bist du mein Maus eingestellt, ey? Das ist gar nicht klar. Nein, ach, guck, jetzt hab ich grad nachgeladen. Das ist aber auch sehr unangenehm. Scheiße, meine Maus ist bei Kacke eingestellt, egal. Du hast eine Maus mit Kacke eingestellt, sehr ekelhaft. Mann, ich krieg, ich hab schon drei, selbst mal. Ich hab 0,3. Ich hab wir noch nicht schon mal einen umgebracht. Ich hab dabei, ich toff dich noch, ja? Das geht doch gar nicht. Ja, guck mal deine Maus, ey, warte mal. Komm, geh mal weg hier. Ey, da ist einer, der leckt, bitte. Dann kommst du gar nicht vorwärts hier mit dem Kerl. Oh, kein Plan. So, Blut rünstig am Start. Och, Mann, scheiße, egal. Geht's los hier. Ah, da ist der Typ mit seinem Läufigstäbchen. Ja, ja, echt hier. Das kommt mir vor wie... Alter, ich krieg der einfach grad nicht tot, wa? Geht ja gar nicht, Alter. Oh, oh, oh. Da war so eine komische fliegende Flunder mit dem Läufigstäbchen. Oh, Doppelkill, nice. Wahrscheinlich krieg ich schon hin, Matka. Wahrscheinlich mach ich eine DNA live jetzt. Ich mach Doppelkills, ich finde überhaupt keine Gegner. Ich hab die Gegner gefunden. Hallo. Oh, mit seinem Läufigstäbchen. Ja, ja, das ist ja der Beste hier. Die hab ich gekillt. Geh mal weg, Frau Kahn, Mensch. Es ist hell genug hier. Dann kann er mit seiner Taschenlamm rumrennen. Scheiße. Ah, da ist einer, da ist ich. Oh, was ist denn das für einer? Was hat denn der für einer? Oh, was, was Gameplay, ey. Das ist mal richtig schlecht. Ich mach's auch hier. Bei mir leucht'n noch momentan. Echt? Das will ich dir nix sagen. Nein, der tötet mich auf 8er. Da, hier, der Mr. Fischstäbchen, äh, Leuchtstäbchen war auch schon wieder da. Scheiße, ey. Ich kann gar nicht mehr zielen, ey, ohne Spaß. Alter, das ist so ätzend mit den Dinger, da brauchst du auch gar nichts. Da brauchst du auch hin, um die Hand zu nehmen. Boah, jetzt könnte ich mal was einstellen hier. Ach, ich stirb'n, ey. Irgendwie krass' ich gar nicht. Oh, das warst du, Alter. Ja. Ich hab' überhaupt gar keinen hier. Folge 100. Also, wie man so mit dem komischen Dinger spielen kann, versteh' ich nicht. Ja, du machst das, Tom. Alter, meine Maus, ey. Hat das eigentlich Spaß mit so einem Ding zu spielen, ne, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich hab' eine Drohne, ich hab' eine Drohne, ich hab' eine Drohne, Achtung. Drohne schon mal sehr gut. Drohne schon mal wunderhellig. Feinde, in der Schule. Heinde, in der Schule. Heinde, in der Schule. Heinde, in der Schule. Heinde, in der Schule. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was hab' ich grad' zu spielen. Ich auch, ich hab' hier irgendwie, ich weiß' keine, was ich hier zusammenspielt. Oh, wo kam der denn her? Huch! Achso, ist der eigene. Die Drohne. Leut! Guck der denn jetzt her! Mann! Also, im Moment ist es ja gar nicht schlecht. Da ist ein Leuchtstäbchen hier, ey. Also, mal ganz... Ja, das ist gar nicht schlimm, oder? Oh, das ist ein Leuchtstäbchen. Oh, Leute, ich bin so schlecht. Sein Leuchtstäbchen. Das ist ein Leuchtstäbchen. Das ist ein Leuchtstäbchen, Mann. Oh, da ist noch ein zweites Leuchtstäbchen, Mann. Da kam nur kein Silvester, oder? Ja, wir hatten was. Was? Ja, wir hatten, aber... Was, die Wester? Schon wieder? Ja, wegen ne... Ah, scheiße. Kack, schitz' auch. Nein, wegen den Leuchtstäbchen. Achso, ja. Wie heißt denn, Leuchtstäbchen? Ähm, Zauberwaffen hätt' ich beinah' gesagt, ey. Zauberwaffen. Ähm, wie heiß' denn die Dinger? Oh, nein, das Geschütz, das Geschütz, das Geschütz. Ja, ja, das kriegt mich nicht, das kriegt mich nicht. Ich mach' das kaputt. Ich bin gerade frei. Mach das. Mach kaputt. Krieg ich nicht. Warte. Da ist ein Unispar. Ach, da holen wir Unispar, hat mich erschossen. Ja, ja. Leuchtstäbchen. Leuchtstäbchen. Ich hab'n, ich hab'n. Nice, Mann. Leuchtstäbchen am Stück. Haha, Report Powerlot, schreibt er. Warum? Ja, weißt du auch nicht. Weiß ich auch nicht. Report. Ja, Hacker. Hacker. Übelst Hacker, Alter. Ich kenne nur einen Hacker hier, das Leuchtstäbchen, Mann. Der soll mal ruhig sein, sonst, äh. Vorwort, he's shit. Vorwort, he's shit. Muss mir erst mal ein paar, oder? Vorwort, ja. Vorwort, he's shit. Ja, weil ich, also. Das wünscht mir aber jetzt nicht gefallen lassen. I'm not shit, einem Kackahaufen. Ja, mein Gott. Boah, Mann. Was willst du, was willst du jetzt so rückschreiben? Nix bringt doch nix, oder? Ja, also, deswegen, ja. Nee, du fühlst dich. Einfach gefallen lassen, Kulisse. Boah. Kleine Pehne. Kleiner Pehne ist nix im Hirn. Jo. Ja. Mann, der Gehkopf ist vorhanden. Der ist nix im Hirn, nice one. Wo sind sie denn? Ich seh' überhaupt gar keinen mehr. Hallo. Ah. Mir wünscht ein C, bin's tot. Ja, ich verkack' gerade auch übelst. Äh, ich steh' ganz alt. Wo sind die denn? Oh, der mit seinem Leuchtstäbchen hier. Ja, ja. Den hab ich weggemacht. Ja, mach den weg immer drauf. Den hab ich weggemacht. Das ist Hacker. Ja, wahrscheinlich ein Hacker mit 16 zu 6. Das ist ein Aim-Bot-Fuzzi. Oh. Mhm. Mh. Ach, Mann. Komm schon. Nein. Der Keal. Ach, da liegt einer oben auf dem Dingentrumens. Auf dem Container. Auf dem Container. Auf dem Viereck. Ja, hinten links quasi. Und wartet, wenn einer vorbeikommt. Scheiße. Ja, klar. Ich hab grad das Leuchtstäbchen weggenommen. Ist das schnipp? Da ist er wieder. Jetzt hat er mich schon wieder umgebracht. So, ich hab ne Drohne wieder ne geile. Report Soccer for Aim-Bot. Mhm. Ja, genau. So gut wie ich schieß, hab ich auch ein Aim-Board. Ah, Leute. Leider verloren. Oh, ey. Kann ich zurückschreiben? Report. Ich bin sogar schlechter als Zocker-Bot. Nee, doch nicht. Oh, 19 zu 7. Geht doch. 19 zu 7? Da kann ich nur davon räumen. Ja. Ich hab... Oh, 3 zu 11. Das war's vom heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben. Da schaut auf jeden Fall bei Zocker-Papa und bei Florio vorbei. Oder auch bei allen anderen. Je nachdem. Links sind unten in der Beschreibung. Und ich würd sagen, ihr kriegt gleich das Schlusswort. Haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leute, haut da rein. Bis denn. Tschüssi. Tschö. Ö.